Sandra und Harry Fincher hatten ihr Leben lang von einem schottischen Landhaus geträumt und Shell House entsprach ihren Vorstellungen bis ins kleinste Detail. Nach wenigen Nächten begannen Sandra und Harry in der Dunkelheit seltsame Geräusche zu hören. In einer Nacht vernahm Harry sogar leise Musik. Als er auf der Suche nach dem Ursprung durch das dunkle Haus tappte, meinte er in fahlen Mondlicht ein kleines Mädchen auf der Treppe zu erkennen. In Shell House schien es zu spuken. Lauscht den Echos der Vergangenheit, scannt dazu die Karten und hört die Hinweise. Mrs. McLean, Mrs. McLean wagen Sie! Nur wenn ihr die Geschehnisse in die richtige Reihenfolge bringt, löst ihr gemeinsam das Rätsel. Ja! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ja! Ja!